Willkommen zurück zum zweiten Part der zufälligen Super Mario Maker 2 Super Welten. Im ersten Video haben wir zwei wirklich furchtbare Welten zum Start gespielt. Die erste habe ich tatsächlich direkt nach dem zweiten Level abgebrochen, leider nach 25 Minuten, das ist also ärgerlich gewesen. Aber die Welt war wirklich rotze und die zweite, ja, sehr einfach, aber auch wirklich vom Qualitätsstandard ziemlich gering. Und ich hoffe, dass wir heute in diesem Video ein bisschen bessere Level Qualität erwarten können. Wir fangen direkt an mit Level, äh, mit der ersten Super Welt. Wir generieren eine Zahl. Es ist wieder die sieben, so wie am Anfang. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ach du Scheiße. Haben direkt mal eine größere Welt. Super 3-4-1 World. Aus England. Sein Mie sieht schon mal, ähm, kritisch aus. Gucken wir mal, was diese Welt zu bieten hat. Ich hab Angst. Immerhin ist sie ganz okay designt. Also die Oberwelt. Jetzt müssen die Level nur passen. Können wir mal bitte, können wir mal bitte festhalten, dass der Typ aus England kommt und seine eigene Sprache nicht schreiben kann? Ich kann das einfach nicht mehr ernst nehmen. Es geht einfach nicht. Ich seh schon, wir haben wieder Peak-Level-Design heute. Gibt's heute wirklich, gibt's in diesem Modus eigentlich wirklich keine guten Welten? Das kann doch nicht wahr sein, echt. Mal schauen, was es heute so bringt. Also diese Welt wird wahrscheinlich grottig. LOL. 10. Mhm. Aber es scheint auch nicht wirklich schwer zu sein. Dann können wir ja vielleicht noch eine zweite Welt heute machen. Sondern ich sterbe trotzdem, obwohl die Welt so einfach ist. Du Troller! Wofür mache ich das eigentlich hier? Wow. Mhm. Ja. Aber die kriegen wir schnell durch. Ich denke, 10, 15 Minuten ist die Welt fertig. Maximal 20. Schaffen wir noch eine zweite. Die hoffentlich dann besser ist. Aber, ich darf, wie gesagt, die Welt nicht skippen. Also nicht ohne, dass ich jetzt komplett kaputt fruste. Also wenn ich jetzt merke, okay, das hat keinen Sinn, ich schaff's nicht, dann ist das was anderes. Dann ist aber auch die Strafe, dass ich so lange weiterspielen muss, bis ich eine Welt schaffe. Aber wenn es jetzt so aussieht, als wenn man die Welt schaffen kann, und dass ich sie auch schaffe, darf ich sie nicht skippen. Das ist eine der Grundregeln, die man direkt am Anfang am besten jetzt klärt, damit nachher nicht Fragen aufkommen. Ich darf auf gar keinen Fall eine Welt skippen, wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass ich sie schaffen werde. Weil das wäre ja einfach nur eine Flucht vor dem Schrott. Und das ist ja das Ziel, dass ich heute, dass ich in diesem Modus die schlimmsten Welten der schlimmsten Welten kennenlerne. Ne? Ihr wollt ja unterhalten werden. Okay. Was ist das hier? Wo ist Bowser Junior? Hallo? Eine endlose Block-Aneinanderreihung? Aua. Aua. Mach jetzt nicht diesen, Alter. Aua. Boah, Alter, der hätte gerade fast den Hammer geworfen, ne? Ich wäre ausgerastet, wenn das jetzt ein Death gewesen wäre. So, wir sind jetzt sieben Minuten drin. Ja, sagen wir, 20 Minuten werden es ungefähr sein. Oh, hier ist DS Thieves als Weltrekordhalter. Habe ich euch eigentlich, ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe, aber in meinen Streams, damals war ja The Lost Subbrosian, sehr aktiv hier am Gange. Und tatsächlich ist er in der Weltrangliste für endlos leicht bis heute noch direkter Verfolger von DS Thieves. Ich weiß nicht genau, wie viele es sind, aber ich glaube, DS Thieves hat circa 500.000 Level abgeschlossen. Normale Werte. Und The Lost Subbrosian, glaube ich, 350.000 oder 400.000, ich weiß nicht, wie viele Level das sind, aber das sind beide wirklich geistig völlig krank. Ich weiß nicht, was Lost da überhaupt geritten hat, dass er so viele Level spielt, aber er glaubt wohl immer noch daran, dass DS Thieves irgendwann aufhören wird zu spielen und zu suchen und dass er ihn überholen kann. Aber ich glaube, das wird in diesem Leben nicht mehr passieren. Vorher gehen die Server offline und dann war all seine Arbeit umsonst. Vielleicht drücke ich am Ende mal eben in die Rangliste und zeige euch das, was ich meine. Das ist ein Boss Level, ja? Das ist ein fucking Boss Level? Ich will nicht mehr. Kann mir jemanden einfach... Einfach die Kugel geben, bitte? Ich will nicht mehr. Ah, nee, warte. Das Boss Level war ja schon fertig. Das habe ich gerade gar nicht realisiert. Nee, wir sind ja schon längst durch mit dem Boss. Das war... Vorhin da ist mit Bowser Junior, oder? Gott. Ich verstehe gar nichts mehr hier. Verzeiht mir. Diese Unachtsamkeit. Aber hey, mein Skill kommt langsam zurück. Immerhin, ne? Halt doch einfach deinen Maul. Behaupte nicht, dein Skill kommt zurück, wenn du danach direkt im Gegendriff erfassierst. Ist das überhaupt wichtig, hier zu killen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nö. Ja. Ja. Ich habe Poser ein bisschen zu oft gepoppt mit Peach. Oder warum sind hier so viele Bowser Jr.? Ich glaube, am Ende sind ihm die Ideen ausgegangen. Wirkt zumindest so. Tolles Geisterhaus, by the way. Muss man anmerken. Sehr, sehr gruselig. Ich habe mich fast zu Tode erschrocken. Was kommt jetzt für ein hochkarätiges Level? Mate. Not baik. Jawohl. Not注意. Ja. Muss ich dazu noch was sagen? Zwei Luftschirme hintereinander. Kreativ. Sehr kreativ. Hoffentlich bringen wir das Luftschiff... Ey, ich hab ne gute Idee. Lass mal... Toller Leveltitel, by the way. Okay. Lass mal dieses Luftschiff nehmen. Es zum Abstürzen bringen und einfach... Oh nein, das ist ein Titlescreen. Und dieses Luftschiff direkt in das nächste reinkrachten. Dann sparen wir uns ein Level. Das ist ein Titlescreen-Level, weil er nichts besseres kann. Da, 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 da. Ja, danke. Scrolling, Titlescreen. Perfekt. Peak. Genau. Das wollen wir alle sehen. Ich finde es aber auch echt peinlich von Nintendo selber, muss man schon sagen. Dass sie das nicht irgendwie eingebaut haben, dass man die Titlescreen nämlich nicht hochladen kann. Weiß ich nicht. Eine einfache Sperre, die das erkennt, dass das nicht selber gebaut, der ist ja schon gereicht, oder? Wobei, nein, das stimmt ja nicht. Sobald man einen Block irgendwo hin klatscht, wäre die Sperre ja aufgehoben. Ah, okay, dann macht das dann doch Sinn, warum es nicht so ist, weil es immer so lange dauert. Na, Gott sei Dank. Wenn euch das bis jetzt gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Spendet mir Trost, dann stehen wir das gemeinsam durch und jetzt geht's in das Finale der zweiten von Drei Welten. Halbert. Was? Uh-huh. Ja, sehr fair. Eindeutig. Das war wirklich sehr fair. Man hat echt gut gesehen, dass der Boden plötzlich geschwunden ist. Muss man echt, muss ich echt sagen, das hat man echt gut gesehen. Papa. Warum war der Boden überhaupt weg? Kann der Boden mich bitte wieder angezeigt werden? Das ist so scheiße designt, das Level. Man sieht nicht mal den Boden. Ja, kreativer Boss. Und das war's. Hat irgendwer noch irgendwie was, was man sagen könnte dazu? Bei mir fällt zu langsam echt nix mehr ein. Alter. Sehe ich das richtig, dass man nur zwei Level spielen muss? Ja, dann machen wir das. Diese Welt hat so einen niedrigen Qualitätsstandard. Ich spiele nur 13 von 15 Level. Ich will hier einfach nur möglichst schnell durch. Lass es enden. Beende diese Qualen. Beende diese Qualitätsstandard. Lassen wir es einfach zu Ende laufen. Ich hab genug. Sunken Halbert. Willst du mich verarschen? Willst du mich eigentlich völlig verarschen, Mann? Wie soll man das denn schaffen? Ah, okay. Ich glaube, ich muss den erst hier rüber. Nee, die kommen mir nicht. Die kommen mir gar nicht rüber. Ah, doch. Jetzt. Und weiter. Wieder so furchtbar gebaut. Und das war's. Mann. Die kleine Heimhilfe möchte bitte aus dem Spieleparadies abgeholt werden. Sie hat genug. Alter. Was tue ich mir hier eigentlich an? Das ist schädlich für meine Gehirnzellen. Lass es einfach zu Ende gehen, bitte. Final. Ja, danke. Finales Level. Ja, okay. Also, also, ne, ne, also, ne, ne, was ist das bitte für eine beschissene Welt gewesen. Aber hey, 20 Minuten war gut geschätzt. Wir sind jetzt genau bei 20 Minuten. Ich habe irgendwie die, äh, die Befürchtung, dass die nächste Welt noch schlimmer wird. Aber ich hoffe mal an das Gute auf diesem Planeten, dass die Welt... Lol. Dass die Welt doch halbwegs okay ist. So, ich habe schon die Superzahl gewählt. Sie ist Nummer 4. Soll sie sich jetzt eine lange Welt sein, werde ich sie natürlich jetzt nicht machen. Aber, ähm, schauen wir mal. Eins, zwei, drei, vier. Hier. Ja. Super, keine Ahnung, was für Zeichenwelt. Ist das nicht schon wieder diese Standardwelt, die von Nintendo vorgegeben ist, wenn man den Modus öffnet? Im Bauen, im Baumodus? Ich glaube schon, ne? Was erwartet uns hier? Ich glaube schon, dass die Befürchtung ist, wenn man den Modus öffnet. Ja, ich habe es mir fast schon gedacht. Aber immerhin sind es nur 5 Level. Ich glaube, ich bin gespannt, wie viele Videos ich aufnehmen muss, bis endlich eine gute Welt kommt. Aber ich befürchte, es wird nie eine gute kommen. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Prinz. Ah, ist ganz okay Ich hab da keine Ahnung, was das sein soll, aber Doch, das war in Ordnung Ausnahmsweise mal in Ordnung Aber das Level davor war auf jeden Fall ein Paradebeispiel für die Qualität seiner Baukünste Ich glaub, das hat er nur mit einem Tutorial gebaut, dieser Spieler Das hat er nicht aus dem Kopf gebaut, das kann ich mir nicht vorstellen Next Mm-hmm Ja Gutes Level-Design, Kappa Nee 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 Übrigens, äh, solltet ihr mir, solltet ihr irgendein Spiel haben, was ihr gerne mal bei mir sehen wollt Sei es PC, also Steam, alle anderen Launcher halt auch Switch Oder, ähm Xbox Series X Aber dann würde ich eher, wenn die Spiele auch auf dem PC erhält Es sind halt PC bevorzugen Solltet ihr irgendwelche kennen, die ihr gerne sehen wollt Vorzugsweise natürlich PC Wenn's nicht geht Wie bei Super Mario oder so, dann natürlich Switch Schreibt's mir gerne in die Kommentare Bin gespannt Ob ihr irgendwas Habt, was ihr gerne sehen wollt Weil Das können wir natürlich nicht auf lange Zeit zu machen Sonst ist mein Gehirn bald Brei Also wirklich nur noch Brei Und das finale Spannung Ein entsetzter Titel Da ist ein Ausgutzeichen und ein Fragezeichen Nee Nee Was wird das hier? Was war das für ein Wandspruch? Ah Ja Ja Was soll der runter? Was ist hier? Hä? Okay, das kann man schaffen Kein Bock auf den PC-Switch Keine los Und dann sowas Oh Mann Muss das letzte Level jetzt so eklig sein? Echt? Was ist das? Nein Ist das ein Nein Developer Exit? Nein 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 Nicht dein Ernst Warte, wie soll man da überhaupt hinkommen? Hä? Oh I see Sag mir jetzt nicht Dass das ein Developer Exit ist hier Weil er zu Schiss hat Weil er zu wenig Skill hat Um hier zu überleben Nein Ach komm, warum schmeißt du den denn runter, Luigi? Du Idiot Du Idiot Meeeeeer Beende mein Leiden, bitte Wisst ihr was? Ich hab Bock auf noch eine Welt Das Video ist jetzt noch nicht zu Ende Ich glaube an den guten Willen der Menschheit Dass die aller guten Dinge drei sind Und dass wir in der dritten Welt Eine gute Welt bekommen Ich glaube an den guten Willen Ich hoffe, ich mach damit nichts falsch Roulette Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, c Die spielen wir heute nicht mehr Neuer Code Neun Das ist zu lang Eins, da mindestens nur neun Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Auch nicht Neuer Code Vier Eins, zwei, drei, vier Da müssen wir mal rein Auch wenn die Welt Wenn der Name schon echt furchtbar klingt Level-Design-Technisch hat er sich auch keine Mühe gegeben Okay Rein in den All Cuidado comas abelas Ja, ja, mhm Ich verstehe alles Ja, ja, ja Wihie, hey Ja Ja Oh 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 Hey Ja Okay Ich glaube, ich kann den Willen in die Menschheit Ich kann mein Glauben an die Menschheit Beerdigen Ich glaube, das war's Ich glaube, ich kann wenigstens auf euch zählen Dass ihr das interessant findet Unterhaltsam Alles andere würde mir nicht mehr genug Kraft geben Um diese Furchtbaren Superwelten noch weiterzuspielen Ich merke schon Das ist noch schlimmer als die Welt davor Ja D. Steve's mal wieder als Weltrekordhalter Okay Hm Castelo do Ludwig Sehr herausfordernd Muss man schon sagen Ich glaube, ich weiß so langsam, warum dieser Modus so wenig Aufmerksamkeit bekommt Castelo Und Luigi geht jetzt auch baden Mann, was ist das für eine Welt gewesen? Das kann doch nicht sein, oder? Ah, Junge Dudu SM14 Das war's für heute Ich hoffe, es hat euch gefallen Und wir sehen uns Und wir sehen uns Und wir sehen uns vielleicht ja wieder Ich glaube, es hat 500 Und der ist der Zweite Der hat hätte wohl 350 Alter Und das ist jetzt insgesamt D. Steve's hat insgesamt 888.773 Level Und lost Über 681.000 Wenn wir jetzt Ähm Auf Endlos leicht gehen Schaut euch diesen Krampf mal an Oh, aber guck mal hier Der holt tatsächlich auf Es ist nicht mehr so viel Distanz Nur noch Äh 4700 ungefähr 4742 Meint ihr, der Typ schafft das noch? Alter Weil, ne Der war heute noch aktiv Oh, das ist so furchtbar Wie, wie viele Stunden Die in dieses Spiel gesteckt haben müssen Ich hab mal Im alten Mario Maker Account in, äh 2019 bis 2020 Hier bei Endlos leicht Soweit gespielt Bis ich 10.000 Level hatte Und da war ich, glaube ich, damals 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 In den Top 200 weltweit Mittlerweile Musst du wahrscheinlich mindestens Was brauchst du für die Top 1000? Lass mal ganz schnell noch gucken Na, nein, das will ich nicht Was braucht man für die Top 1000? Mittlerweile Nach 5 Jahren Die das Spiel jetzt schon auf dem Markt ist Ich hatte mit 10.000 Leveln ungefähr Platz 200 inne Und jetzt guckt man jetzt auf den Rang Um, äh Um überhaupt angezeigt zu werden Muss man mindestens Diese Anzahl Level spielen 6.280 Oder 6.281 Ne Bruder Da bin ich raus Das tue ich mir nicht nochmal an Bis zum nächsten Part Von Super Mario Maker 2 Random Super Worlds Beende Beende dieses Leiden Ich kann nicht mehr Bye Bye Ob ehkä